Für ein Gerät während des Flüges zwischen Sitz und Schnittstellen, die nicht ihren Sitz aus und die Besatzungslösung wird. Gleiches gilt, falls ihr Gerät oder der Monitor beschädigt, der heiß wird oder zu fallen wird. Elektronische Geräte dürfen fast gern an die Steckdosen und USB-Anschlüssen angeschlossen werden, wenn die Anschneidzeichen ausgeschaltet werden. Elektronische Geräte dürfen nur unter ihrer Aufsicht geladen werden. Das Rauchen ist im gesamten Flugzeug einschließlich der Toiletten nicht gestattet, denn es ist ein Nieklauch auf dem Weg. Der Rauch von E-Zigaretten ist ebenfalls verboten. Dieses Flugzeug hat acht Notausgleichungen, vier auf dieser Seite des Flugzeugs. Sie befinden sich im vorderen, mittleren und hinteren Teil der Kabine und sind deutlich gekennzeichnet. Wählen Sie sich kurz frei, um den nicht gelegenen Notausgaben zu finden. Im Falle schlechter Sichtverhältnisse markieren Leuchtschreifen im Boden und Leuchtschilder den Weg. Um die Notausgänge zu öffnen, bewegen Sie den Kumpel im Pfeil. Durch Öffnen der Türen im Notfall blasen wir die Notrutschen automatisch auf. Falls nötig ist, können einige Rutschen-Rutschen somitent und als höchst oder schlunderscheidungswerke. Im Notfall lassen Sie den Kumpel zurück und ziehen Sie wieder hoch an den Schuh heraus. Dieses Flugzeug ist mit einer Druckkante ausgestattet. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken, das den Däckchen noch überliegt. Ziehen Sie eine der Masken zu Ihnen heran, um den Sauerstoffluss zu schlafen. Dann drücken Sie die Öffnung fest auf den Grundnach. Die Maske ist mit der plastischen Wälder. Setzen Sie erst noch Ihre eigene Maske auf, dann helfen Sie die andere. Es folgt ein kontrollierter Fliegelung auf ein Wohlfahrer, auf welcher keine Maske mit dem Szenen. Schön bestätigen Sie die Wälderung in den Szenen. Auf einmal so eine Besatzung, die Schlechte aus dem Beutel rutschen. Zufritten im Kopf, führen Sie den Brot und den Körper an, mit einem und einem Szenen. Blasen Sie die Wälderung nicht im Flugzeug auf. Unmittelbar beim Verlassungsflugzeug ziehen Sie an den Boden mit dem Griff, um die Wälder aufzuglasen. Falls möglich, kann die Wälderung des Mundschlauchs aufgeblasen oder nachgefüllt werden. Die Wälderung verfügt über eine Freize sowie ein Licht, das im kontaktiven Wasser auffeuchtet. Falls die Besatzung Sie zur Einnahme der Schutzhaltung auffordert, stellen Sie sicher, dass Ihr Wurt festgeschlossen ist und tief auf Ihrem Hupen sitzt. Stellen Sie dann die Füße leicht auseinander, fest auf den Boden. Abhängig von Ihrem Platz lehnen Sie sich entweder nach vorn, mit dem Händen am Sitz vor Ihnen und der Stirn auf Ihren Händen, oder legen Sie den Kopf auf die Knie und greifen Sie die Unterseite unter Schenkel. Nehmen Sie sich vor dem Start eine gute Zeit, um sich die zusätzlichen Informationen auf der Sicherheitsrate durchzugeben, die sich in Ihrer Sitzmasche befindet. Wir sind gleich bereits gestartet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Sicherheitsgrund fest sitzt, Ihre Rückenlehne und Kopfstütze aufrecht und die Armlehnen heruntergeklappt sind. Verstauen Sie Ihre Fische wie Getränkehalter, und fahren Sie Ihre Fußstütze ein und feste Wende. Auf Miethohe und Naubedienungen müssen zu diesem Zeitpunkt verstaut werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie diesen Kondorf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.